Hallo meine lieben Freunde, Willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Und jetzt ist hier gerade noch mein Mikro ein bisschen... Ja, egal. Ja, mein Mikro ist ja total verklebt und so, weil es ja kaputt gegangen ist. Und ja, das sieht ein bisschen scheiße aus, aber Hauptsache es funktioniert. Okay. Talk to your dad, what, why fighting without hope is no way to live, it's just a way to die. Okay. To find the hope you were named for staying alive. I can help you with, but I can't, I can't give you hope, if you go to see your father. You think meeting my dad will, will make anything better? He's never listened to a word I've said. He's just, he'll never believe all this Lassie stuff. Das wollen wir ja mal sehen. Snow believed Sarah, didn't he? Hm. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Okay. Die Fugitive Lassie hat sich aufgestellt. Der Militär planst du Lassie anzuhören und eine öffentliche Exekution. Diese Bilder kommen live aus der Szene in Palenpolom. Das sind Lassi, die keine Ehreinheit zu zeigen. Das sind nicht Menschen, das sind Schmerzen. Das ist ... Das ist ... Start running ... Huh? Ich werde sie busy ... Aber ... Du überlebst ... Das ist ein paar Leute ... Sie werden ein Plan ... Seit wann die Heroin brauchten ... Das ist ... Ich bin 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 ... das ist ... Es ist er ... Das ist er ... Ja! Take yourself! Ja! 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 Leid! Was zur Hölle! Okay! Viel Gute! Diese Katzen hat mir sehr sehr gut gefallen! Woah! Take care of him! Leid, listen to me! Get moving! No, no, you don't understand! Sarah's alright! She'll turn back! Take care of Hope! Wait! And then there were three! Haha! They're here! Hold it! Gotta go! So how you been? Hold it! Hang on! Come on! Come on! Fire! 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 One's down! Fail the move! Take cover! Get out! I got this one! Was zur Hölle? Äh, 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 äh... What da? Könnt ihr jetzt mal aufhören, den PS1 hier online und offline zu gehen? Es tut mir sehr leid! Not great. Youhhhh! whispering & Lass�äle Nice. Booster 1, geil. Wie ist er mir das gefällt? Er hat gesagt, er hat uns die See eine Hand. Also jetzt ist dein Hero zurück. Warum würde die Armee uns helfen? Das macht nicht Sinn. Die Militärer haben alle Formen. Nicht alle von ihnen lieben die Sanctum. Nichts worry, ich werde die Armee verhören. Komm her. Scheiße, den Snow. Oh nee. Snow übernimmt zu Beginn die Rolle des Verteidigers. Nee, nein, das will ich schon gar nicht. Wie der Name vermutet lässt, hat der Verteidiger eine Schutzfunktion inne und versucht, seine Gefährten nach bestem Gewissen vor Unheil zu bewahren. Er befestigt die Verteidigung und benutzt Fertigkeiten, mit denen er die gegnerische Aufmerksamkeit auf sich denkt. Genau. So kann Snow mit seinen Fähigkeiten Gefährten helfen, einer allzu frühen Kampfunfähigkeit zu entkommen, indem er ihre physische Abwehrkräfte-Schutzschild steigert und provoziert feindliche Attacken auf sich. Der Verteidiger kann nicht aktiv in das Gefecht eingreifen durch Erlernen, der Fertigkeit vergelt und kann er jedoch gegnerische Angriffe kontern und sich so zu wehr setzen. Der Schutz seiner Gefährten und die Ausführung wohlplatzierter Konteraktions sind die zwei grundlegenden Taktiken, mit denen der Verteidiger einen Kampf bestreitet. Mindert sich die Anzahl der Gegner, so verliert auch der Verteidiger an Bedeutung. Strategisch sinnvoll ist es, dem Verteidiger beispielsweise die Rolle eines Brechers zuzuweisen. Aha. Ah, okay, wir sind ein Brecher. Ich will aber eigentlich kein Slow sein. Aber na gut. Alles voller Eis. Sehr schön. So, hier haben wir einen Checkpoint. Ich benutze den jetzt einfach mal. Ich werde hier aber die Folge noch nicht beenden. Ich werde noch ein Checkpoint weitermachen. Die Linkstaste funktioniert nicht. Merken. Ich vergesse das immer wieder. In jeder Folge. Egal welches Spiel. So, wer kommt da oben? Oh, Freunde. Na, hallo. Ich glaube, die haben mich gar nicht gesehen, oder? Ah, doch. Okay. Aua, Aua, Aua. Oh, jetzt weiß ich was, ich vergessen habe. Oh, scheiße. Ich habe vergessen den Snow zu dingsen. Crystarium. Oh, nee. Okay, ohne Crystarium würde Snow mega am Arsch sein. Weil der sozusagen noch mega schwach ist. Weil ich den ja gar nicht aufgelevelt habe. Oh, scheiße. Okay, er haut zwar rein. Ja gut, er ist auch... Frech heißt er sehr, sehr stark. Oh mein Gott, der hat eine Panzerfaust. What the... Hope, wie heißt er mit Heil? Genau. Sehr gut, Hope. Psycho Bombarde. Okay, jetzt können wir wieder beide draufhauen. Go. Zack, zack, zack. Also, der holt so aus. Du mit deiner Kack-Panzerfaust, du geh ihn hier weg. Yo. What the fuck? Okay, das war irgendwie extrem dumm. Schock. Zack, zack, zack. Okay. Noch ein Schlag. Und dann ist er tot. Und da muss ich Snow unbedingt hochleveln. Weil sonst wird er, äh, im nächsten Kampf definitiv verrecken. Ähm, so, gib mir eine Phön- und ich hab' die denn reingesetzt, ne? Wohohoho. Todesstoß. Alter, guck mal, wie viel TP der hat, ey. Der Sack. Ich mach' auch Verteidiger. 260 Points. Krass. Ausweichen. Yeah, hat Zorn. Alter, der hat Lebenspunkte ohne Ende. Beben. Ja, komm, gib mir noch ein extra Accessoire. Genau. Gib mir noch die Rollenstufe. Ja, pfff, perfekt. Kannst du doch noch Feierer machen. Gib mir noch Aqua. Kommt der an die noch ran? Ja, tut er. Oh, fast sogar noch an den Hydro-Stag, ne? Oh, schade. Na ja, hau. Hat der überhaupt was? Oder hat der tausend Punkte? Immerhin. Komm, mach mal mal Feierer. Kann der Blitzrauer und Angriffskraft plus 3. Und TP plus 10. Und Aquara. Immerhin. So, jetzt haben wir auch Stärke. Aber volle. Pulle. Na ja, der eine konnte ja noch ein extra Accessoire nehmen. Das will ich ja noch. Nein, auch so. Zack. Ja. Auch nix. Nice. Okay. Okay. Dann können wir weiter. Wie der einfach mal den Eistunnel da hochklettert. Der rutscht nicht aus. Nein. Warum auch? Nein. Wer rutscht denn schon aus? Ach du Scheiße. Holy. Da warten aber viele Gegner von uns. Okay, jetzt ist er aber auch wesentlich stärker. Und jetzt müsste er übelst reinhauen. Wie viel Leben der einfach hat. Der Sack. Ah, jetzt kann er auch da nachsetzen, ist das. Ach so. Finde ich ja sehr, sehr, sehr gut. Du lass mich in Ruhe nachsetzen. Komm, Pams. Aber nachsetzen ist so eine schöne Attacke, ne? Oh mein Gott, wie ich das liebe. Wie ich nachsetzen. Und einfach nur die Feier. So. Psychon Hasher. Aua, aua, aua. Greif an, hau, greif an. Der soll schönen Schock bekommen. So. Und nachsetzen. Zack. Weil somit können die erstmal nicht angreifen. Und zweitens kannst du die sogar so oft in der Luft schlagen. Das ist der Wahnsinn. Ich liebe das einfach nur. Ich halte, dass das bei Bossen nicht geht. Das ist ja alles hier einfach. Nochmal ein Booster. Jetzt kommt da nochmal eine komplette Horde. Okay. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger werden. Da werde ich auch bestimmt einmal Heil dafür brauchen. Das kann jetzt härter werden. Zack. Nachsetzen. Zack. Zack. Tot. Nächster. Scheiße. Ausgewischen. Okay. Zack. 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 Der gibt mir die ganze Zeit so einen scheiß Fluch-Tech, der Arsch. So, jetzt mal runter. Heilen. Heilen, Hope. Heilen. Danke. Der macht die ganze Zeit nur einen Vitra. Nein, Hope. Mach Vita. Ich finde Vita irgendwie sogar besser. Na gut, ich habe tausend Lebenspunkte. Das sind schon viele. Okay, hoch. So. Nur noch zwei. Alter, dass die alle Aquarer können, ey. Nachsetzt. Zack. Zack. In den Arsch. Schön. What the? Zack. 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 Ach, das ist ein Jäger. Okay. Ne, 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 ne. Du könntest das mal schön lassen. Jetzt kriege ich es schon trotzdem. Zack. Und tot. Okay. Bis jetzt nicht schwer. Oh, schade. Nichts. Ich habe mich nochmal über eine Felixfeder gefreut. Kann ich da hin? Ich kann sogar hier. Ist hier irgendwas Tolles? Muss ich hier hin? Na, hier geht es richtig her. Dann ist da hinten noch ein Schatz. Es wird dann zwar wieder eine längere Folge werden, aber macht ja nichts. Oh Gott, was zur Hölle bist du denn für einer? Okay. Wird eine lange Folge werden, Leute. Wird eine lange Folge werden, aber pff. Was soll's? Ich tue es ja gerne. Na, ich tue es ja gerne. Ach, du Scheiße. Was? Du erzieht mir 100. Heilige. Ich muss sofort die anderen beiden down kriegen. Sauber. Einer down. Nächster. Yo. Alter, Scheiße. Wenn der auf den Hope geht, ist der Hope... Alter. Der Hope ist aber mal deftig im Arsch. Alter. Hör mal auf mit der Scheiße. Oh, kacke. Oh, kacke. AMP aktiviert. Was ist AMP aktiviert? Nee, ich will's gar nicht wissen. Ich will's gar nicht wissen, um ehrlich zu sein. Zack, 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 zack. Ach, du Scheiße. Kriegsherr, ey. Yo. 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 Raste dir einfach mal aus. Heil mich auf. Heil mich. Bitte. Alter. What the fuck? Hope, Hope. Hope, tu was. Tu einfach etwas. Irgendwas. Egal was. Tu einfach was. Ach, du Scheiße, ey. Alter, der geht ja mal mega ab. Okay, Hope. Hope, ich brauch dich jetzt. Der muss Schock haben. Yes. Nachsetzen. Nachsetzen, komm. Yes. Hm. Oh, sauber. Sauber, sauber. Und zack. Oh, nachsetzen. Das hilft jetzt so mega, ne? Boah. Ich glaube, ich krieg den aber mit einem Schock nicht komplett down. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Nachsetzen. Komm, 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 komm. So viel abziehen wie möglich. So viel abziehen wie möglich. Okay. Doch, der geht jetzt down. Der geht jetzt verdammt nochmal down. Yes. Okay, der war hart. Ein Booster und ein Booster und eine Rosenspart. Oder ein Part. Ich hab keine Ahnung. Nein, da hinten ist noch einer. Ja, genau. Oh, nee. Nee. Nein. Das könnt ihr mir doch nicht antun. Okay, das gibt eine richtig lange Folge. Also wenn die jetzt nur noch so Dinge raushauen. Nee. Ich hab keine Ahnung, wo es hergeht. Ob jetzt daher oder daher. Werde ich gucken müssen. Alter, hier kriegst du jetzt eine richtig lange Folge, ne? Als ob Final Fantasy Folgen nicht schon lang genug gehen. Aber nö. Muss ja immer noch einer oben draufgesetzt werden. Kommt, tötet den Scheiß-Gradisten, ne? Nachsetzen, tot. Zack. Nochmal so ein Hescher. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Okay, beim nächsten Mal hat er Schock. Zack, zack, zack. So, komm, jetzt töt mal den. Und, puff, tot. Gib mir was. Scheiße. Kann ich mir hier die Karte angucken, oder? Warte, Karte. Okay, da ist der nächste Checkpoint. Das ist ja sehr, sehr gut. Wenn ich jetzt hier geradeaus hochgehe, da müsste ein nächster Speich... äh, ein... Schatz sein. Ja, genau. Ich spiel ja so viel mit Leben wie wirklich, ne? Den letzten Schatz hab ich ja... Im letzten Mal hab ich nur nicht geholt, weil das so ein scheiß Panzer-Fieber. Und die Panzer-Fieber haben ja einfach zu lange dauern. Sonst wär der Part ja 30 Minuten gegangen. Okay, diese Gardisten sind ja kein Problem, ne? Dauert zwar ein bisschen, aber an sich sind die kein Problem. Aua. Die ziehen mir auch echt nicht viel ab. Also so ist es ja nicht. Der Jäger, der macht mich hier zu schaffen. Zack. Zack. Okay. Ein Gardist noch und... Ah, ne, das ist so ein scheiß Typ mit der Panzer-Fieber. Danke. Schön, dass ich das jetzt erst mitkriege. Naja, weich noch aus. Reine Fresse. Okay, 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 okay. Zack. Jetzt ist er down. Noch einmal. Schätze ich mal. Ja. Ja, könnte klappen. Ja. So. Jetzt krieg ich den Schatz auch schon mal. Sehr, sehr gut. Phoenix-Feder. Yes. Immer gut zu gebrauchen. Phoenix-Feder. Ich wusste ja eben mal ein Opfer. Ein Engelsherz. Ich glaube, das sind die letzten Gegner vom nächsten Checkpoint. Hoffe ich mal. Was? Nein. Nein. Ne, ne, ne. Ne, nein. Nein, nein, nein. Oh Gottes, nein. Boah, ist das euer Ernst? Ist das wirklich euer Ernst? Okay, ich muss direkt Heiler machen. Direkt, aber instant. Ich mach's sogar Verteidiger. Aber in der Zeit ist der Haupt kein Heiler. Ich brauch den aber jetzt. Ah, ne, hier. Haupt, heil dich, heil dich, heil dich. Jetzt, super. Ich bin Verteidiger. Oh, das ist sehr gut, dass es Verteidiger und Dings halt gibt, ne. Boah, das ist richtig stark. Okay, jetzt haben wir wieder genug Leben. Jetzt können wir den Scheiß-Häger töten. Okay, jetzt hab ich aber gleich kein Leben mehr. Scheiße. Heil mich, heil mich, heil mich. Danke. Vielen Dank. Provo zählen, provo zählen, provo zählen, provo zählen ruhig. Jetzt mal ein paar Schutz fähren. Schön, 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 schön. Und jetzt gehen wir wieder hoch. Nein, nicht auf den gehen, nicht auf den gehen. Falsche Entscheidung, falsche Entscheidung. Hier läuft auch noch ein Gardist rum. Oh, das gibt's doch gar nicht. Kann ich aber gar nicht auf der Kappe. Okay, okay. Oh Gott, ich will sofort das hier, weil der macht hier seine Scheiße. Genau die, genau die hab ich gemeint. Der macht seine A und P Kacke. Provo zählen ruhig, provo zählen. Nein, nicht auf den Kriegshäger gehen, auf den Jäger. Scheiße. Boah. Nein, nicht Kriegshäger, Mann. Ich fack mich immer. Das gibt's doch gar nicht. So, auf den scheiß Jäger sollst du gehen. Geh auf den Jäger, geh auf den Jäger. Sag, sag, sag. Komm, komm, greif mal, greif mal, greif mal, greif mal. Yes, er ist tot, er ist tot, er ist tot, er ist tot, er ist fucking tot. Okay, nur noch der Kriegshäger, nur noch der Kriegshäger. Komm her. Heil uns, heil uns. Der steht eh kurz vorm Schock, also kannst du uns jetzt erstmal vollheilen. Und jetzt, Schock. Jetzt, gib dem Schock. Sauber. Und jetzt, go. Zack, zack. Buah. Das ist so verdammt hart, ey. Diese Scheiß Kriegsherren, die haben's echt drauf. Muss ich zugeben. Ich spiel hier nach definitiv den Speicherpunkt, weil wir haben 26 Minuten. Sogar noch länger, weil ich später gestartet habe, meine Stoppuhr. Später gestartet habe, ja, okay. Jetzt lasst mein Deutsch einfach so liegen, wir konzentrieren uns jetzt hier drauf. Okay, 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 okay. Den Kriegshäger nicht down, bevor der Schock abgelaufen ist. Egal. Den Kriegshäger so oder so schon down. Komm, je mehr Leben du dem noch abziehst, desto besser wird's. Sauber, okay, so viel Leben hat er noch. Vorm Schock. Vorm Schock, vorm Sterben. Okay, okay. Wir haben ja Zeit, wir haben Zeit. Ja, aktivier du mal deinen MP, denn derzeit stirbst du. Genau. Sag ich doch. Sauber, Hope. High five. Und dann hat man auch keine Gegenstände, so ein Scheiß. Okay. Zack. Hier ist irgendwie, hier ist ein... Na doch, hier ist ein Schatz. Ich wusste es. Vier Isolierkabel ist okay. Ich muss die Kamera irgendwie drehen können, danke. Und bitte keine Gegner mehr, bitte gib mir den Spaß. Ja. Müssten bald das... Ja, am Speicherpunkt, hast recht. Wir sind da. So, langer Part, aber ich hab's dir gern getan. Wenn's euch gefallen hat, könnt ihr auch im nächsten Part wieder einschalten. Ich würde mich darüber freuen. Und ich sag bis dahin, tschüss. Tschüss.